okay so anscheinend nicht wie soll ich das denn ablenken keine ahnung wie ich das ablenken soll aber ich könnte mir vorstellen dass ich es schaffen kann so kann ich jetzt nicht mehr und das ding haut mich auch dann kann ich es wahrscheinlich auch nicht schaffen was ich vorher vorher also hier wollte ich landen da nee das das auge haut mich auch tot dann muss ich wohl hier runter springen und das so ablenken ah ihm ist schwindelig dann so klappt doch alles okay die machen sich auch gegenseitig kaputt gut zu wissen ich denke du stehst hier nicht umsonst ich muss ich mitnehmen ach ja natürlich ach verdammt jetzt wäre es auch so runter gefallen okay vorsichtig hätte es auch sonst geklappt so schwindelig schnell dran vorbei diese monster zerstören die stadt um dich zu fangen es sollte dir keine sorgen machen aber man kann es nicht vermeiden was ist das denn ein neues gerät es kann strom durch die luft schicken ich glaube aber das strom in der luft mich ziemlich kaputt machen kann genau so wie meine gegner diese stadträger immer im vordergrund bringen mich teilweise ziemlich durcheinander strom immer schön ausschalten man muss strom sparen ich muss es noch schaffen da ist jetzt ah aber hier ist noch kein strom sparen wir brauchen den strom noch nicht moment jetzt weg okay doch nicht früher weg sobald sich das materialisiert muss ich weggehen ich möchte das weiter in die richtung schieben ist doch sinnig oder ein bisschen später nun jetzt ich kann das gar nicht schieben ich hätte das sonst getroffen ach so natürlich ich warte jetzt jetzt haut der da drauf ist schwindelig dann alles klar okay das haben wir jetzt aber ein bisschen gekostet eigentlich muss ich nur das so unterbrechen oh wei wieder richtig kompliziert hier so ach das muss wieder zurück das steht alles noch da mit den verbindungen nein 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 oh nicht nochmal das ist doch langweilig weg weiter so jetzt möchte ich hier ne jetzt möchte ich hier ne pause drin haben hier möchte ich das wieder dran haben richtig kleine schaltskizzen hätte ich beinahe gesagt richtig quatsch so jetzt muss ich hier drauf so ja ich muss das nur ein stück weit machen lassen so hier kann man ja eigentlich wirklich fast durchgehen wenn man es weiß okay das war auch dämlich weil ich muss nämlich erst hier und da jetzt mach ich hier so jetzt wissen wir dass das weg ist jetzt können wir weiter gehen jetzt müssen wir aber hier das nochmal setzen ist ja auch okay so 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 jetzt müsste ich doch hier rüber können ja fantastisch so macht man das genau so weil wir sind einfach der über pro hier diese stadt wird zerstört wird zerstört werden wie andere orte auch das ist ja auch hier das ist ja auch hier ist ja auch hier auch hier noch ein Fantastisch. Aha. Grandios. Du bist nicht wie die, die hier vor dir gelebt haben. Sie haben dieses Land zerstört. Aber sie haben unglaubliche Artefakte geschaffen. Du hast nie etwas erstellt. So. Das ist ja witzig, durch die Luft zu fliegen. Oh ne, das ist nicht cool gewesen. Muss ich erst so machen. Dann so. Dann so. Dann so. Dann so. Das klappt ja super. Wieder am Schnürchen. Manchmal musst du ein bisschen nachdenken, aber... Du kannst nicht aufhören zu denken. Du kannst nicht aufhören, an die schreckliche Wahrheit zu denken. Die... Ne, denken Punkt wahrscheinlich. Du trägst der Welt nichts bei. Du bringst nur Zerstörung. Na, gelb. Ne, so ist doof. Das wollte ich nicht. Ach, oh. Vielleicht doch so. Und dann irgendwie so. Ne, das funktioniert ja nicht. Ah, das sieht gut aus. Erstmal mache ich das wieder weg. Dann mache ich das hier. Und dann das hier. Oh ne. Das ist völlig irrelevant. Okay. Also nur das. Ich werde irgendwie immer nach oben. Geflogen. So wirklich weg kann ich hier auch nicht. Ich kann nur versuchen... da das Loch hinzumachen. Nee. Ach, jetzt. Da geht das doch auf einmal. Toll. Ja, dann habe ich es ja. Nee. Gar nicht cool. Immer noch nicht cool. Vielleicht droht hier immer, damit die da schon anfangen. Warum geht das dann hier nicht? Da begehen auf einmal meine Hunde gerade mega ab. Ich hoffe, das erledigt sich noch. Ja. Ja, jetzt ist es ruhig. Nein. Wieso nicht? Was soll ich tun? Hä? Das Ding geht kaputt. Kommt aber immer wieder. Das kommt vor allem da unten wieder. Ich werde auf jeden Fall... Ich werde auf jeden Fall... Ah, ha, 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 ha. Manchmal bin ich mal ein bisschen doof. Ist so. Manchmal so ein bisschen doch, ja. Oder ich vergesse einfach ein paar Farben, die ich habe. Du hast dich sehr entwickelt. Du bist gereist. Und du hast gelernt. Aber du wirst niemals verdienen, ein Bewohner dieser Welt zu sein. Weil du der Grund für ihre Zerstörung bist. Du bist nicht anders als diese Monster. Du bist die Lehre selbst. Ah, ist natürlich doof gelaufen. Du versuchst, an etwas anderes zu denken. Aber es ist unmöglich. Bist du eine Marionette der Lehre? Hm.